Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Markwart Immobilien. Wir sind Immobilienmakler in Bad Kissingen, haben uns auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert und unser Tätigkeitsgebiet ist. Ungefähr eine Stunde oder 100 Kilometer Fahrzeit um Bad Kissingen herum, also im Norden Richtung Grön, Bad Neustadt, Fulda, Würzburg im Süden Richtung Schwebheim, Geroldshofen und rüber über Schweinfurt Richtung Knetzgau, Hassberge, Bamberg. Darüber hinaus verkaufen wir auch vereinzelte Objekte Richtung Nürnberg, München, Frankfurt, NRW, Berlin, Hamburg, also auch weiter entfernt. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich hier um ein Trailer-Video, d.h. ich werde etwas zum Objekt sagen. Üblicherweise bin ich im Objekt drin, das ist jetzt in dem Fall nicht so, sondern ich bin in Bad Kissingen am Stationsberg und das Objekt, was wir diesmal vermarkten, ist ein sehr hochpreisiges Haus und das wird diskret über uns vermarktet. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich um eine 360 Grad Videobesichtigung, d.h. Sie haben die Möglichkeit, während des Videos die Ausrichtung in alle Richtungen zu drehen. Sie können jetzt mich anschauen, Sie können aber auch gegenüber schauen oder das Fahrzeug, was jetzt hier links vorbei fährt, anschauen. Sie haben die Möglichkeit, während des Videos die ganze Zeit die Kamera zu schwenken. Wie immer bei unseren Videos ist es ein Trailer-Video, d.h. ich sage was zum Objekt, wenn Sie daran Interesse haben. Gehen Sie auf unsere Webseite, schalten sich das vollständige Exposé frei und dann kriegen Sie weitere Informationen wie Adresse, Bilder, Drohnenbilder, Energieausweis und natürlich auch die Vollversion von dem Video, was wir dann erstellen werden. Was haben wir hier? Ich befinde mich am Stationsberg. Das ist eine sehr gute Gegend in Bad Kissingen und das Haus, das wir vermarkten, das ist aus den 60er Jahren ursprünglich erbaut, wurde Anfang der 2000er umfangreich modernisiert. Das heißt, wir haben bodentiefe Fenster, wir haben eine Fassadendämmung. Es ist sehr aufwendig gemacht, also im Sinne von hochwertig, also ich sage mal viele Lampen, indirekte Beleuchtung über Wandlampen, elektrische Rollos, Alarmanlage, eine Sauna ist mit drin. Also es gehört alles dazu. Das Objekt ist am Waldrand gelegen, am Hang. Das heißt, Sie haben im Endeffekt eine Zufahrt und am Ende von der Straße, also sowas wie Sackgasse, da kommt keiner mehr vorbei. Auf der Rückseite haben Sie den Wald. Sie können dann von Ihrem Grundstück direkt in den Wald gehen. Sie haben einen hervorragenden Blick über die Stadt. Also ähnlich wie jetzt, wenn Sie die Kamera schwenken, sehen Sie jetzt links von mir den Sonnenuntergang. Das ist da vergleichbar und das haben Sie da alles. Und es ist ein sehr exklusives Objekt und deswegen werden wir die Bilder oder Videos nicht veröffentlichen. Ich hoffe, ich habe Ihren Interesse geweckt. Fragen Sie das Objekt bei uns an. Das ist natürlich erstmal alles kostenfrei und Sie kriegen dann weitere Informationen zum Haus und für Fragen stehen wir natürlich dann auch gerne zur Verfügung. Wenn Sie unser Marketing nutzen wollen, wenn das für Sie interessant ist, wenn Sie überlegen, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu verkaufen und Sie wollen unser Marketing nutzen, was ich denke zumindest hier regional einmalig ist oder irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, dann erkläre ich Ihnen gerne die Vorteile von unserem Marketing auch bezüglich zum Beispiel dieser Videobesichtigung und des Videos, was Sie sich gerade anschauen. Wenn das nicht das Passende ist, was Sie suchen, dann folgen Sie uns am Kanal. Dazu gehen Sie auf YouTube, suchen nach Markquart-Immobilien. Da finden Sie unsere Videos, die Trailer-Videos und da können Sie einfach unseren Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Und wenn wir dann weitere Objekte reinbekommen zum Kauf im Raum, wo wir tätig sind, überwiegend, dann werden Sie automatisch informiert. In dem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ich bedanke mich natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Video anzuschauen und bei der Suche nach einer Immobilie weiterhin viel Erfolg. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank. Vielen Dank.